Ich lerne Deutsch. Nummer 9987 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich garantiere den Erfolg. Deshalb wurde ich als Trainer engagiert. Wir haben Vertrauen zueinander und arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Wir haben Vertrauen zueinander und arbeiten auch in Zukunft eng zusammen. Es ist genau wie damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist genau wie damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Gestern kam der Kran und hat die Klimaanlage auf das Dach gesetzt. Gestern kam der Kran und hat die Klimaanlage auf das Dach gesetzt. Jetzt muss sie nur noch angeschlossen werden. Bildung ist ein wichtiger Faktor für die persönliche Entwicklung. Bildung ist ein wichtiger Faktor für die persönliche Entwicklung. Dieses Parfüm mag teuer sein, aber es hat einen besonderen Duft, der sich von allem abhebt. Dieses Parfüm mag teuer sein, aber es hat einen besonderen Duft, der sich von allem abhebt. Niemand weiß, was ich denke, und das ist auch gut so. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann erzählen Sie mir das fantastic. Bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank.